Von ab in den Urlaub.de, das Reisevergleichsportal im Internet. Unsere heutige Band heißt Air France, lustig geschrieben, Air France aus Düsseldorf, zwei Jungs und eine Frau aus Lyon. Und so sehen die aus, guck mal. Ich habe ein Viertes Studioalbum gerade rausgekommen, das erinnert mich an irgendwas. Klingt so 80er ein bisschen, aber es ist auch cool, wenn eine Französin Englisch singt, das klingt immer gut. Wir haben Besuch aus Düsseldorf, beziehungsweise Lyon, Air France heißt die Band. Freitag ist das vierte Studioalbum erschienen, The Great Escape heißt es. Erstmal kriegen wir die Augen, toll, dass ihr da seid. Wie kommt eine Französin aus Lyon nach Düsseldorf? Es war erst mal das Studium und danach... Haben sich die Jungs in ihren Akzent verliebt? Genau. Und die Musik, ich habe gerade gedacht, so ein bisschen eine Mischung aus Lerita Mitzuko und Blur. So was dazwischen? Ja, also Lerita Mitzuko auf jeden Fall. Ja, als Inspiration, Blur, wegen The Great Escape, vielleicht. Stimmt, ja, das kann natürlich sein. Was ist das hier? Das ist... Das Instrument, mit dem wir jetzt gleich beginnen, oder? Genau. Wir hören es jetzt. Und zwar, wie heißt der Song noch? New Lost Generation. Air France. Und wir morgen wieder. Huch, 35. Wow. Wow. You're so greedy. You're so eager for, fame and glory. You take it all, you take it all for, for granted. I gave you all I have. I can't explain. Hey, you see your education for nothing. Hey, you see your education for nothing. Hey, you see your education for nothing. You're so eager for, for granted. You're so eager for, for granted. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020